Du machst zu Hause schon richtig geilen Espresso, egal ob mit Summteilen, einer Herdkanne oder irgendwie anders. Du träumst jetzt aber von richtig hammermäßigem Milchschaum. So ein Teil hier von Tupperware bringt nichts. Weg damit. Auch die 10 Euro Dinger, mit denen man irgendwie Milchschaum aufschäumen kann, gefällt dir auch nicht. Was ist die Alternative? Es gibt noch von Nespresso Maschinen, die kosten dann irgendwie 60, 70 Euro. Was ist aber in der Preisrange irgendwo in der Mitte? Vielleicht das Ding hier. Ich kenne es noch nicht. Ich packe es heute zusammen mit euch aus. Es nennt sich der Nanoformer von der Firma Subminimal. Es ist optisch ein ziemlich heißes Teil und es verspricht perfekten Latteart-Schaum, wie in eurem Lieblings-Kiez-Café um die Ecke. Habt ihr Bock, mit mir dieses Ding kennenzulernen? Dann bleibt heute dabei bei meinem Video. Hey Freunde, willkommen zurück auf ein Kiez-Café im Kraft. Ich bin euer Host, der Marco und seit sieben Jahren schon mache ich hier in Berlin Kaffee für meine Kunden und Freunde. Heute möchte ich mit euch dieses Ding anschauen. Ich habe es in der Intro schon gesagt, den Nanoformer. Ich habe es entdeckt auf Kickstarter. Da haben nämlich mehr als 5.000 Leute dieses Projekt unterstützt. Und ich wollte einfach sehen, was kann das Teil, denn es verspricht Latteart-Schaum. Schaum wie bei eurem Lieblings-Kaffee, das wovon wir alle zu Hause träumen. Preislich kostet das Ding ungefähr 35 Euro, also 39 US-Dollar, aber ohne Versand. Kleiner Disclaimer aber Leute, ich habe das Ding geschenkt bekommen. Es war so ein Sample, dafür nichts bezahlt. Jedoch werde ich für dieses Video nicht bezahlen. Das heißt, ich kann euch sagen, was ich will. Ich kann eine ganz ehrliche Meinung zu dem Ding abgeben. Und das verspreche ich euch, gibt es am Ende dieses Videos, wenn ich das Ding auf Herz und Nieren getestet habe. Deswegen lasst uns mal auspacken. Kleine Notiz noch, warum die Jungs mir auch direkt das Ding mitgeschickt haben. Die sind nämlich nicht nur Kaffee-Fans, sondern auch Designer. Und sie haben sich gedacht, wenn man probiert, mit dem Milchaufschäumer eine heiße Milch aufzuschäumen, wie kriegt man die warm? Wahrscheinlich auf dem Herd. Kann man das Ding hier, also diese normalen, kann anfassen? Nein, das wäre wahrscheinlich sehr heiß, wenn man es irgendwie auf einem offenen Feuer oder auf eurem Herd warm gemacht hat. Deswegen gibt es bei dem Ding einen heat-resistenten Griff, also einen wärmeresistenten Griff. Und man kann das auf den Herd stellen. Und hat wohl auch einen Latteart-Tipp, also man soll geile Designs machen können. Ich bin gespannt. So, lasst uns mal anschauen, was bei dem Teil alles dabei ist. Ich kann euch eins verraten. Es gibt so ein, zwei Dinge, die mich überraschen für den Preis. So geht es erstmal los. Ich hole erstmal alles raus. Also, was ist dabei? Anleitung, Wandhaltung. Finde ich ganz cool, wenn man so ein sexy Barista-Setup hat, kann das echt praktisch sein. Was ist noch dabei? Außer dieser Hülle, die wirklich, finde ich, gut sein kann für Reisen. Wenn man ein richtiger Kaffee-Fan ist, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz cooles Zubehör. Es sind zwei Aufsätze dabei. Einmal, ups, ups, ein etwas grob durchlässigerer Aufsatz. Also, der nennt sich Fein und der nennt sich Superfein hier. Den steckt man einfach so auf dieses Gerät drauf. Und was nicht dabei ist, Leute, das wusste ich aber schon vorher, deswegen bin ich hier nicht vorbereitet, sind Batterien. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall Batterien. Man dreht das Ding bestimmt irgendwie einfach auf. Pull Handle to open. So einfach geht es. Also, wenn ihr wissen wollt, wie man die Batterien einsetzt, einfach ziehen, nicht drehen. Okay, haptisch echt gut, finde ich, von der Quali. Wie sich das so anfasst. Design finde ich auch top. Kurz was zur, wie funktioniert das Ding überhaupt? Das finde ich nämlich super spannend. Bei dem Teil, diese Propeller, die ziehen die Milch von hier oben und mit der Luft, die man quasi mit unterhebt, und schieben sie dann durch dieses Sieb durch. Das heißt, dieses Sieb bricht dann letztendlich die Milchluft auf, sodass wir diesen Microfoam haben. Leise ist es auch. Ich würde mal sagen, lasst uns damit mal eine Milch aufschäumen und schauen, wie sie funktioniert. Leute, ich habe gerade übrigens eine Sache rausgefunden. Dieser Pitcher, der kann direkt aufs Induktionskochfeld gepackt werden. Ich hatte nämlich zuerst hier so ein Adapterding von Bialetti, was man quasi drunter packt und dann seine alte Espressokanne draufpacken kann. Braucht man gar nicht, das Ding kannst du direkt draufstellen. Hammergeil. Anyways, ich habe die Milch erhitzt, Thermometer, sie ist jetzt so bei 65 Grad, ein doppelter Espresso. Ist auch schon bereit. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ding hier funktioniert. Ich muss ehrlich mit euch sein, das ist jetzt hier nicht der erste Versuch, es ist ungefähr der vierte Versuch, denn die ersten drei Versuche sind nichts geworden. Ich habe das probiert so zu machen. Ich dachte, sieben Jahre Kaffee, komm, kriegst du hin, Junge. Nix da, ist gar nichts geworden. Danach habe ich mir nochmal die Anleitung angeschaut und bin um einige Dinge schlauer gewesen. Das heißt, wie geht man los? Man startet, indem man in der Mitte diesen Nanoformer relativ schräg hält und halb eintaucht. Und in dieser Position betätigt man den Knopf für circa 10 Sekunden, nicht länger. Ich habe davor bei den Versuchen die ganze Zeit geschäumt, so in der Position. Und habe dann nicht den Nanoformer tiefer eingetaucht und bin zum Rand gegangen, um zu rollen. Also ich habe relativ lange gezogen, die Ziehphase, um Luft und Volumen hinzuzufügen. Das heißt, jetzt fange ich an. Ihr hört es. Ungefähr 10 Sekunden in der Mitte füge ich Luft hinzu. Also in der Beschreibung steht 2 bis 10 Sekunden. Das waren jetzt vielleicht 8, ich habe jetzt keinen Timer am Laufen. Und bin jetzt unter die Oberfläche gegangen mit der Spitze von meinem Nanoformer und an den Rand der Kanne. Und dadurch rolle ich jetzt die Milch, weil ich vorher schon die Luft hinzugefügt habe. Und vorher, bei meinem letzten Versuch, hat es ganz gut geklappt. Und ich habe echt geilen Milchschaum hingekriegt. Das sollte, glaube ich, reichen. Das ist jetzt, in meinem vorigen Versuch war es noch ein bisschen cleaner. Ein bisschen mehr Porzellan-mäßig. Also man träumt immer davon, dass die Oberfläche so aussieht wie weißes, glänzendes Porzellan im Licht. Könnt ihr euch merken. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Jetzt nach kurzem Warten, ein bisschen drehen, ein bisschen klopfen. Doppelschart Espresso und wir schauen mal, was das gute Ding kann. Übrigens eine relativ enge Spitze. Soll wohl gut sein für Latte Art. Mal sehen. Alright. Ich mache euch ein richtig geiles Herz. Ich kann gar keinen Schwan. Es sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen zu wenig Milch benutzt. Also ich hätte vielleicht für einen ordentlichen Latte ein bisschen mehr Milch benutzen müssen. Aber schaut mal hier. Das ist ungefähr so das Level, was wir hier für einen, also schon flat. Aber ich probiere es mal. Ja, es ist gut, aber es kommt nicht ganz an die Espresso-Maschine dran. Da bin ich auch ehrlich. Aber es ist schon gut. Also besser als, würde ich sagen, die Nespresso-Dinger. Diese Nespresso-Maschine für 70, 80 Euro. Besser als dieses 10-Euro-Ding, wo der Stab, ihr kennt das bestimmt, total rumbackelt immer. So wie so ein Fahnenmast im Wind. Auf jeden Fall viel besser. Ja. Immer zuerst die Anleitung lesen, Freunde. Aber lasst uns vielleicht doch mal zusammenpassen. Also, bin ich ein Fan von dem Nano-Foamer oder nicht? Lass mich mal die Punkte, die für den Nano-Foamer sprechen, zusammenpassen. Also, erstens, ich finde den Preis für die Qualität ziemlich gut. Also so 35 Euro für das Ding mit Wandhalterung, mit Tasche oder Hülle. Finde ich super. Design, Haptik, ob ich es anfasse, qualitativ. Finde ich auch super. Was fällt mir noch ein? Das Gewicht mit Batterie. Auf jeden Fall auch qualitativ gesagt. Fühlt sich besser an als so ein 30-Euro-Gerät. Also es fühlt sich eher an, auch von der Optik, vom Design. Vielleicht wie ein Produkt für 60 Euro. Was spricht vielleicht nicht so dafür? Ich habe mir vor kurzem eine neue, kleine Espresso-Waage gekauft. Und diese Waage hat einen USB-Charger. Finde ich richtig geil. Das Ding hat noch normale, stinknormale Batterien. Man kann auch natürlich irgendwie aufladbare Batterien holen. Aber warum ist hier nicht eine Batterie drin, die man mit dem USB aufladen kann? Das würde ich richtig cool finden. Weil Batterien gehen immer alle. Man hat nie welche da. Und auch eine Batterie-Anzeige wäre eigentlich ganz cool. Sonst, ja, der Knopf. Ich glaube, ihr habt es schon irgendwie euch denken können. Man drückt die ganze Zeit halt auf diesen Knopf. Es wäre irgendwie cooler, wenn man irgendwie anmachen könnte. Und dann, wenn man fertig ist, wieder ausmachen könnte. Weil man drückt die ganze Zeit da rauf. Und manchmal rutscht man auch irgendwie ab. Und dann hört man auf zu schäumen. Das ist vielleicht noch ein kleiner Schwachpunkt, Kritikpunkt. Also der Knopf und aber auch, wie gesagt, die Batterie. Da hätte man im Jahr 2021 vielleicht so eine USB-Variante nehmen können. Trotzdem, ich bin ein Fan, weil für den Preis kriegt man, finde ich, relativ viel. Das Ergebnis ist echt gut. Vor allem, ich kann mir vorstellen, jetzt geht es gerade los mit der Camping-Saison. Schnappt euch euren Espresso-Kocher. Schnappt euch das Ding. Schmeißt es in den Rucksack. Raus in die Berge oder zu irgendeinem See. Und dann könnt ihr euch richtig geilen Kaffee machen. Ich kann es also auf jeden Fall empfehlen. Wer Barista empfiehlt, guckt euch mal die Webseite an. Ich verlinke alles unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Lasst bitte gerne einen Like da. Das hilft mir unglaublich, meinen Kanal zu spreaden und größer werden zu lassen. Denn ich probiere jede Woche, ein Video hochzuladen zu meinem Lieblings-Thema Kaffee. Jeden Freitag, 17 Uhr. Und von meiner Seite war es das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und es heißt auf einen Kiez-Café in Kraft.